Ja, Sabine, das war unser Juisturlaub. So schön. Hier auf diesem Video gehen wir über die Dünen zum Strand. Enkido und Dakota sind wie jedes Mal sehr aufgeregt. Am Anfang der Dünenkette ist auf der rechten Seite unser Schrank. Darin wird alles aufbewahrt, was wir am Strand gefunden haben und nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Heute nun liegt Dakota Stöckchen vom gestrigen Spaziergang darin. Sie erinnert sich natürlich sofort, weiß nur nicht genau, ob sie ihn mit an den Strand nehmen darf. Fragender Blick. Sie darf, die Freude ist groß. Schwanzwedelnd, voller Tatendrang, geht es nun voran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier auf diesem Bild sieht der aufmerksame Beobachter natürlich sofort, dass nun Enkido Dakota Stöckchen trägt. Ob das mit seiner Art als Dental Dog zu tun hat oder ob es eher Übermut und Größenwahn hat, kann jeder selber für sich überlegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Am Strand angekommen. 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 Untertitelung. BR 2018 Am Strand angekommen.